Hey Leute, es ist soweit. Ich hätte nicht damit gerechnet. Am achten hätte es kommen sollen. Heute ist der fünfte, glaube ich, bin mir nicht sicher. Ne, der vierte. Heute ist der vierte. Ich habe heute, gerade vor kurzem, Mario Brothers für den NES bekommen, habe schon voll gefeiert. Und jetzt kommt dieses Mega-Paket und ich weiß, was es ist. Und ich, 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 Leute, ich zitter. Weil das ist für mich meine Kindheitskonsole. Ich habe damals einen Skliseur, der hat diese Konsole gehabt. Das war die erste Konsole, die ich jemals gespielt habe. Das ist die Mutter aller Konsolen. Let me give me a moment here. Dazu ist übrigens auch da. Open the package. Oh my god. It's a, it's a. Hier haben wir mal das Netzkabel. Was zum Teufel ist denn das? Ey, das ist Technik, die ich nicht mehr erkenne. NES-Control-Deck-Switch. Keine Ahnung. Oh, da ist sie. Die Mutter aller Konsolen. Hier haben wir mal den NES-Brick. Wer kennt ihn? Diesen Controller. Ja? Ih, diese Kabel. Und da ist sie. Warte. Oh, ho, ho. Der Brotkatzen. Die NES-S. Ich feier grad voll. Da ist sie. Eieiei. Das ist, Leute, die älteste. Das ist der Beginn der Konsolen-Ära. Denn damals war die Konsolen-Ära und kurze Vorgeschichte in einem totalen Crash. Totaler Krise. Und dann kam Nintendo und brachte eine Konsolen namens Nintendo Entertainment System, alias NES, raus. Und rebootete das ganze Franchise. Und deswegen ist das eine der wichtigsten Konsolen, die es je gegeben hat. Und ja, ich kann jetzt eigentlich nicht viel drüber reden. Ich will einfach zocken. Also ja, das war das Video. Thumbs up für NES. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Oh, ich seh's. Komm, du planst irgendwas. Hallo? What the fuck? Oh, ich hab's.